Der erste sehenswerte Stopp ist das Restaurant Baomibu. Dort bekommst du unter anderem die besten Baos, die vor deinen Augen zubereitet werden. Es gibt aber natürlich auch noch andere Gerichte, wobei alle richtig lecker klingen. Tipp Nummer 2 ist Love the Shop. Das ist ein süßes kleines Modegeschäft mit richtig schöner Kleidung aus Skandinavien. Es gibt außerdem auch Kleinigkeiten wie Schmuck und andere Accessoires. Dieses Geschäft ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Bei der dritten Empfehlung handelt es sich um die Genussbuchhandlung Tiempo Noevo. Dieses Geschäft heißt Genussbuchhandlung, weil man sich während man durch die vielen Bücher schmökert, einen Kaffee, Tee oder Wein gönnen kann. Dort ist es richtig zum Wohlfühlen und man kann wahrscheinlich einige Stunden an diesem Ort verbringen. Tipp Nummer 4 ist Humana Vintage, der wahrscheinlich eh schon vielen bekannt ist. Ich finde aber, dass vor allem der Humana in der Taborstraße eine besonders gute Auswahl an Vintage-Teilen hat. Wenn man sich also Zeit nimmt und durch die große Auswahl stöbert, findet man dort ziemlich sicher was. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, lad dir die Inspi-App herunter. Dort findest du nämlich noch viele mehr.